Entschuldigung, Herr Vorks. Hallo. Könnte ich vielleicht ein Foto mit Ihnen machen? Ach, mein Gott. Cool. Alles klar. Bist du da. Dürfte ich vielleicht auch noch ein Autogramm haben? Da, der Arm. Ja. Cool. Ich finde sie echt toll. Alles klar, ich dich auch. Könnten Sie vielleicht was singen für mich? Nee, sing du doch.